Abenteuer Allrad 2017. Ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und ich zeige euch jetzt noch mal einen kleinen Schwenk über unseren Stand, als der Rasen noch grün ist und bevor die ganzen Zuschauer kommen. In acht Minuten geht es jetzt hier los. 2017 sind wir auf einem neuen Stand. Wir haben ein neues Zelt. Z62 sind wir. Wir haben mit einmal einen großen Ford F250 mit einer 4Wheel Hawk als Demonstrationsmodell, was wir alles so an Größe können. Hier seht ihr das wichtigste Messeteil, den guten Weber Grill. Außerdem haben wir mit dem Nissan Navara D40 mit einer 4Wheel Campers Lynx. Auf dem Nissan Navara D23 von Roadmaster haben wir eine Camp Crown Retreat Basic. Im Hintergrund seht ihr von Nordstar eine Camp 6S SE auf einem Navara D40 Doppelkabiner. Und was auf der Abenteuer Allrad keinesfalls fehlen durfte, die Nordstar Camp 8R auf dem Land Rover Defender. Der Defender, den wir hier mithaben, ist ein 130cc Ausbaujahr 2014, den wir auch gern verkaufen. Da wir immer mehr im Multimedia-Zeitalter angekommen sind, haben wir uns auch für dieses Jahr mal ein Videobildschirm gegönnt. Den seht ihr hier im Hintergrund. Da lassen wir noch einige schöne Filme laufen. Ja, jetzt freue ich mich auf euren Besuch hier auf der Abenteuer Allrad. Lasst euch sehen auf unserem Stand Z62 und bis bald!